Hallo und herzlich Willkommen zu einer Ausgabe von Fußballmanager 2008 mit mir, dem FIFA Keeper 2011. Ja, ihr, wir stellen jetzt mal seinen Charakter ein und ja, mein Name ist natürlich FIFA Keeper. Nicht so geschrieben, sondern anders. 2011, okay, 2011 ist mein Nachname. Ich bin geboren, 1229, jo, passt schon, Mothersprache, jo, weiter. Ich bin mal verheiratet. Vorname, Frau, Frau FIFA nenne ich sie. Hochzeitstag 2001. Zweite, zweite. 2002. Heute, 25. Ja, das passt. Keine Kinder, verheiratet. Über die Schule, leider mal, war gar nicht so warm. So, perfekt. Hab ich noch nie gemacht. So, Spielerverhandlung. Ich bin ein Schisser. Ich mach auch leicht, ich hab das, das ist jetzt mein, ne, 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 erste Runde, die ich zock. Und, jo, jo, so lass ich das vereinen, wenn ich nehm den Sportverein Hamburg, Hamburger Sportverein natürlich. Und, ja, der beste Spieler ist Raphael van der Vaart. Und, jo, er ist halt alles voll bei den Fans und all so'n Gedöns. Jo, spielen werde ich vorher entscheiden, vor dem Spiel. Hm, was werden wir erreichen? Ich schätze, das ist so recht gut. Und, jo, wir machen immer mal ein bisschen voll. So, perfekt. Und, dem Fall, dass die Musik zu laut ist. So. Die, ah, ne, hier eben. Jo. Ich will doch, wo, 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 wo Dings ist hier. Ach, das ist doch. Jede, boating, raus, Benjamin, dafür rein. Mit Freinhard mal tauschen. So. Company, raus, Trochowski rein. So, das ist perfekt. Ich mach mal. Halt, stopp. So. Sponsorenvertrag. Wenn wir hier machen. Ich guck mal, ich guck mal da nach, mit dem meisten Geld. Hier sind gleich. Verhandeln, verhandeln. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Jo. Nehmen wir die. Passt schon. Nehmen wir mal sie. So. Möchen wir sie verhandeln. Wir stehen, wann wir, zack, zack. Oh, die sind, oh, so. Das schreibt, perfekt. Neu, Sponsor wird beträgt auf 10,35 Millionen. Passt. Sponsorbeweis 3,45 Millionen. Passt. Jo, und. Jo, Leute, warte geht's. So. Was werden wir? Werden auf jeden Fall nicht absteigen, wenn Pokalsieger immer euphorisch sein. Und das ist ja natürlich international. Moment. Einig zu lernen, werden nicht färgen. Was ist das hier? Ich lege große Wert auf das Klingt oder so. Und hier. Fettitsch. Hier gibt's keine Pause. Oh ne, das lassen wir mal so. Machen wir hier noch. Und hier noch. Frank Rost, Iwitz Unitsch und Joris Matthiesen. Weiterhin unser erstes Spiel, wie es aussieht, wird gegen Honmukfest 6 und 90 stattfinden. Und ja, ich hab nicht auf die Uhr gesehen. Von daher, wenn wir dies noch beantworten. Herr 2011. Ja, das bin ich Sitsi am CRTraum angelangt. Ich denke, der Traum eines jeden kleinen Jungen ist es, einmal in der höchsten Spielklasse trainieren zu dürfen. In der höchsten Spielklasse zu trainieren, war schon als Kind mein größter Traum. Oh, ich glaube das. Oh, ich hoffe es gut. Oh, ist gut. Und? Nein, oh. Planen Sie für die kommenden Saison eine Rotation? Planen Sie für die kommenden Saison, eigentlich nicht. Mit der Spieler und Atmosphäre nur. Nichts gut. Welches Spielsystem schwebt Ihnen vor? Wir sind variabel. Komm, Spieler plus 900. Und ja. Stopp. Und dann wollte ich sagen, das war es für die erste Aufnahme von Fußballmanager 2008. Und ich hoffe es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und einen schönen Tag noch.